Ja, Sie haben heute sehr nette Lieder gesungen. Ich habe gehört, Sie sind von Ihnen selbst komponiert. Und wie sind Sie zur Musik gekommen? Das wären so die Fragen, weil ich Sie noch gar nicht so richtig kenne. Aber die Musik hat mir gefallen. Ja, hi. Ich heiße Astrid, alias Lise, Lotte Quetschko, oder? Und ich musiziere, weil es mir ein bisschen in die Wiege gelegt ist. Ich komme aus einer sehr musikalischen, künstlerischen Familie und ich liebe die Musik als Ausdrucksform für Lebensfreude. Ja, das hat beim Zuhören der Freude gemacht. Ja. Und das sind eigene Lieder und sind auch gecovered dabei? Manchmal cover ich auch Lieder, wenn sie mir gefallen. Und meistens schreibe ich dann auch eigene, die schreibt das Leben. Also ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich mir so viel selbst ausdenke, sondern das Leben, die Lieder schreibt. Und gerade der Umgang mit widrigen Umständen, mit besonderen Lebenslagen, erfordern manchmal sehr kreative Prozesse und Perspektiven. Und das liebe ich. Und es war keine Gitarre heute? Nein, es war die Ukulele. Heute hatte ich die Ukulele, sonst auch die Quetschkomodo dabei. Die hat heute zu Hause geschlafen. Die hat geschlafen. Dankeschön. Ja, gerne. Ciao. . Ja. 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 Um ein Schiff mit dir und du weh auf dein In der billigsten Freude bin ich, Gewrei und Schüchschrei In der billigsten Freude bin ich, Gewrei und Schüchschrei Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.